So, jetzt haben wir hübsch den schwierigsten Teil unserer Passage, haben wir jetzt geschafft. Nicky, hallo hallo, wie war's, gut, gut, den hast du gut gereizt? Gut, gut. Rainer? Skiheiß. Wo ist es denn? Ich sehe absolut gar nichts. Lass mich schon drauf. Andi, wie taugst du, bloßentechnisch? Freut mich gar nichts. Freut mich gar nichts. Freut mich jetzt schauen, aber... Ich bin schon im Blut, oder? Ich bin schon im Blut. Einer muss ja spuren. Er geht überhaupt durch die Rind. Jetzt müssen wir dann umsteigen auf die Klettersachen. Das Kampfgeschwader schwirrt wieder aus. Ganz eben Militärstandfarben. Hier haben wir den Ablenkungsmanöver. Das ist ein dummer Sonoffi. Das macht nur die Technik. Atomic Dream Team. Achtung. Drop. Ja. Probe.